Also willkommen zu einem Video, da wollte ich euch erst mal zeigen, wie man Videospiele günstiger kaufen kann. Und wie wir das auch machen. Aber mehr dazu nach dem Hinzu. Gaming mit Handicap. Das ist Infoportal für Bayer-Frei-Spielen. Also, dann fangen wir euch schon an. Zwar gibt es dann erstmal die Sukiss-Shops, wo man Spiele kaufen kann. Das gilt aber eigentlich nur für PC-Spiele. Da gibt es zum Beispiel Instant Gaming, da kaufen wir mal die Spiele. Dann gibt es zum Beispiel Skinwing, haben wir früher genutzt. Als nächstes gibt es noch einen im OGA. Es gibt natürlich auch andere Seiten, da wir bleiben mal bei den drei. So, da ich eben gesagt habe, dass PC-Spieler betrifft, da willst du jetzt mal Playstation-Spieler zeigen, die man die günstiger bekommt. Bei den kann man alleine eigentlich nicht in Key-Shops kaufen, da muss man direkt in Playstation-Spieler kaufen. Allerdings gibt es zum Beispiel bei Instagram Gaming oder anderen Key-Shops, gibt es halt hier so einen. Gutsamen-Karten, da gibt es jetzt mal 10 Euro, 20 Euro, 20 Euro. 20 Euro, zum Beispiel bei den Westen, haben wir vor kurzem gekauft. Jetzt müsst ihr hier hinab mit der 30 Euro Gutsamen und 40 Euro. Gibt dann natürlich auch direkt von 70 Euro Lehner. Dann müsst ihr einmal gucken, was dann günstigsten ist. Da kann ja verschiedene Kombinationen, wenn man um auf den Preis zu kommen, manchmal spart man dann ein paar Euro. Also was man natürlich auch machen kann, wenn man jetzt die Spieler gar nicht kaufen will, sondern ausleihen. Da gibt es zum Beispiel Xbox Game Pass. Von Xbox Game Pass kann man halt verschiedene Xbox-Spieler spielen und PC-Spieler. Da sind auch ziemlich viele Spieler dabei, zum Beispiel auch neue Spieler, die auch von Microsoft sind. Der gehört zum Beispiel zu ihrer Sigma zum Beispiel. Den Halo-Charakter, der heute heute findet man dann auch zusammen, was dabei ist. Z.B. die Xbox Live Girls, die wir auch online spielen können. Die Xbox-Sonne, die klaut, aber das gibt es nur bei der Ultimate-Version, die hat was vorgegangen. Das ist aber überall dabei, ist die LP. Das ist ein Casual-Ei-Spieler-Spiel. Zum Beispiel eine nächste Version von Mass Effect. Und zwar den Xbox Game Pass Ultimate-Gegner haben wir schon gehört. Der andere Abitur ist auf den Monat. Das heißt, es ist eine Plus oder Spezifolge aufs andere. Da hier unten sieht man dann auch, welcher Game Pass-Version es gibt. Dann was gut ist, man im ersten Monat mal einen Euro bezahlen muss. Aber die Aktion kommt an Thailand. Das hat es bestimmt schon viermal, fünfmal gehabt. Wird natürlich in Zukunft nicht mehr so sein. Ich denke mal, das machen die nur, damit die auch mehr Abonnenten bekommen. Und jetzt hier gibt es einen PC-Version, das ist 10.100. Und dann gehen wir drauf. Und dann ja für die Xbox. Und Ultimate-Sonne alles drin. Und das muss da jetzt echt geil abheißen. Weil die beiden Konsole und PC-Version zusammen, da bist du jetzt noch 2.900. Und die ist jetzt noch 2.900. Und dann kann man da auf der Xbox auch noch spielen. Bei PC-G-Pass hat er nicht. Aber macht ja Sinn, weil der Mann braucht man es so nicht. Und dann geht es zur PC an. Das hört man sowieso auf dem PC. Also, ich habe eben gesagt, dass man die EA Play dazu bekommt. Allerdings bekommt man nur die günstige Wahljahrzeuge von die EA Play. Es gibt nämlich so eine Plus-Version. Aber vor allem der Preis ist ein heftiger. Der Unterschied bei EA Play kostet 4 im Monat. Die Pro-Version 15. Aber ihr seht nur auch nicht mehr die Unterschiede. Aber man bekommt besonders eine Boni-Spielinhalte. Da wird es jetzt aber nicht so ausgegeben. Wird es selber sein. Ah, hier ist aber 90. Ah ja, das war das Witzige. Bei EA Play kann man die laussten Spieler nur 10 Stunden testen. Dann haben wir es mal die kaufen. Oder Pro-Version kann man die halt spielen. Ja, bei Game Pass. So, jetzt kommen wir noch zu Ubisoft. Plus, da sind auch ein Ubisoft-Spieler halt. Das habe ich auch schon einige Male gemacht. Und Fuck, weil du ist das Spiel. Weil so ein Spieler ist weiß, wie bei mir ist das so. Ich spiele die auch mal durchs und dann nie wieder. So kann man die Story durchspielen. Oder fertig. Da hier sieht man auch noch mal die Vorzeige. So eine neue Erscheinung bekommt. Das ist über 100. Danke zum dir. So, aber wie gibt es neue Erscheinung. Und mehr als 100 Spieler. Wo dann Zugriff auf Erweiterung. Das ist nämlich auch geil. Das war die DLCs. Die haben Fuck, weil sie spielen. Das habe ich vorhin schon mal bei Z-Division 2 gemacht. Gab es auch so eine Erweiterung in New York irgendwie. Auf jeden Fall kann man das da dann auch spielen mit dem Adler. Das besitzt halt nur das Spiel. Die Erweiterung halt nicht. Und es kann es halt trotzdem spielen. Ob ich es auch plus als cooles Mods ein kostenlos testen kann. Es kommt uns mal im Vergleich an. Da gibt es auch zwei Versionen. Ah, okay, jetzt ist alle wichtig. Also man hat eigentlich überall das gleichste. Nur, dass man halt bei teurer Version Cloud Gaming bekommt. Aber man nutzt ihn dafür Google Stadia. Okay. Und es auch kurz, wenn man hier sieht, wer welche Spiele halt den sieht. Da sieht man letztes Jahr VK6, VK5, New Dawn oder Assassin's Creed, The Hammer, Torbett James, The World Easy, Circle 2. Ah, das ist der Wetter zur Division 2. Dann gibt es Watch Dogs Legends. Na, Watch Dogs Legends haben Sasuke Wild Labs zum Beispiel nie gekauft. Da haben wir das Abo gespielt. Das ist alles cool, dass die Abos die meisten gut zu haben kostet. Wenn man das jetzt einmal was macht, das statt Spiel für 6 Euro zu kaufen, muss das spät mal Liste geht. Also jetzt würd's den Preis nochmal teilen, weil ich hab's schon mal nicht gesagt. Auf jeden Fall hier die normale Version, beziehungsweise günstige Version. Dies ist wahrscheinlich für die meisten und das kostet halt 15 Euro. Ist cool, dass man's wie gesagt, ja, kostenlos. Testen kann, unterstützt auch bis zu diesem Teil. So halt wenn man ja die Cloud Army, ist ja ja 18 Euro im Monat. Der ist wunderbar auf, aber ich würd's abhin haben mit dem Setbit. Immer die ersten 1.1. Also die 1.10. Also jetzt müssen wir was teilen für Leute. Ja, die PlayStation-Spieler gar nicht spielen. Aber keiner als der Konzern besitzt. Z.B. kann Rotter the Dubschin nur 1 spielen. Aber bei PlayStation 9 ist halt die Sache. Es wird leider weiterer 2.0. Beziehungsweise PlayStation 9 wird's glaub ich so nicht mehr geben, weil die Säule jetzt in PlayStation Plus mit reinkommen. Da soll's dann mal eine Version geben. Die gut 6.0 Version ist halt nur Online-Spiel. Und bei der 2.0. Es gibt drei Varianten. Auf jeden Fall steht's ja nochmal auf der Seite. Und jetzt steht dann PlayStation Plus. Keiner hat sich demnächst. Da steht auch das, was ich gerade gesagt hab. PlayStation 9.0. Jetzt haben wir PlayStation Plus zusammengeführt. Was aber leider zauber wird. Was viele gar nicht erwähnt haben. Weiß man, das cool ist, wenn ich kein extra Abo braucht. Aber das teils bezahlen soll ja. Und weil vielleicht braucht man gar nicht. Plus das Plus am Ende. So wie ist das, kann man drei Varianten PC plus das in der Welt. Dann ist ja scheiße. Fehler halt bezahl ich mir gar nicht nützt. Also das ist ein bisschen blöd. Zwar bevor wir zum Schluss kommen, muss ich so sagen, was man natürlich auch machen kann, drauf erwarten, ob ich die Abort zur Komfort spielen oder man kauft halt ein Spiel nicht direkt zu release. Auch viele PC-Spieler freuen. Werden halt nach der Zeit günstiger. Bei Kostolenspielen nutzt das Wartner-Reich. Ja nicht, weil da wird sich was nicht günstiger. So, wenn man dazu sagen muss, auch auf PC gibt es Spieler, die auch nicht günstiger werden. Zum Beispiel Call of Duty. Die Spieler gibt es schon seit ein paar Jahren. Und der kostet immer noch für 60 Euro. Ohne Angebote kann man manchmal. Ich meine drei haben wir das nächste Call of Duty. Er holt, weil 60 Euro finde ich zu viel. Vor allem Spielzeuger Multiplayer. So, wir verraten jetzt was in dem Video. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Geld sparen kann. So, wir verraten jetzt was für Lux-Gang gibt. So, links zu setzen wir wieder an. Und man sieht, wie man zum Beispiel auch bei bei einem Xbox Game Pass der heute noch zur Verlängerung direkt zu gehen kann. Und das sollte ich auch wieder vorbei. Weil es jetzt steht, die haben immer mehr Geld von euch. So, die jetzt steht auch wieder von euch. Und du plädigst, und Tipps und Tricks. So, so, weiter und tschau. Bis zum nächsten Mal.